So wie weiß ich mal an meinen anderen denken, dass Spanien in Spanien hier kann schon so. Hier haben wir 1, 2, 4 oder 2, oder? Ich habe es ja keine Überraschung so. Damit auch, dann in der Schweiz. Hier kommt Spanien gegen Chile. Das ist ja das Spiel der Gruppe B. Und jetzt kann er drittes Spiel oder zwein spielen. Zwein spielen. Spanien gegen Chile. Und dabei riechen wir heute Spanien. 10 Minuten Gleits besucht, aber wirklich gar nicht. 9 Minuten war weg. Da ist die Führung 1-0 für Spanien, zwar hervor zu sie. Doch die Schieder gibt es nicht so weit. Lagen. Also bei 2-0 beim Sieger hier. Der ist das 1. Spiel 2-0 gewonnen. Spanien stand mit der 9-6. 2-0 mit den Knie, jetzt geht es was. 9-6 mit Spanien in Schieder 2-0. Doch Gino gibt es nicht so weit. 1-3 für Gino 2-1 auf 14 Minuten. 2-3. Spanien in Schieder 2-1. 2-3. 2-3. 2-3. 1-6 Minute. Riesenchance für Spanien. Und dann plötzlich die 4-3 Minute. Riesenchance für Spanien. 2-3. Aber nichts. Spanien hatte es im Glück. 1-8 Minuten später. 1-8 Minuten später. 1-8 Minuten später. Wie gelingt. 1-8 Minuten später. 3-3. 1-9 Minuten später. 3-2 Minuten später. Spanien gewinnt auch noch. 2-2 Minuten später. 2-3 gegen Chile. 3-2 Minuten später. 2-3 Minuten später. Vielen Dank.